von den dorn walter weg machen zwischen den abgeflachten walter mache ich ja gerade so mache ich mal kurz so war ich weiß warum das nicht noch als lange dauern bis alles abhacks nein ich meint die noch jetzt zeigt das gerade so ein bisschen ja die ist von schon blätter sein kann weil ich ja drin einfach so eine diese treppe bauen und dann das macht das halt so dass das immer schön nach und nacht ist ja da flösch schaden ich bin welche funktionieren einmal abhacken oder einmal baum abhacken und erzieht weil wir müssen der baum und verein ist ja auch korrekt du machst ja nicht jeden stamm auseinander aber die mut haben wir ja nicht drin und dann stamm ab und dann kommt alles runter was auch geil wäre wenn solche bäume hast und der teilt dann irgendwie bei mein kopf das immer noch in drei blöcken auf und die kannst du dann jetzt auseinandernehmen in der säge was ist denn du brauchst achse um den baum zu fällen und dann mal so dreier blöcke runter die fallen dann da und du musst damit der säge auseinandernehmen oder christian im inventar solche blöcke auch sagen kannst du drei drei mal eins kann man zu handelte sind ja noch stämme der dann noch stämme unterteilt die kante zum rein zu schlagen das weiter dass du das dann mit einer spalt ab umschubsen kannst auf einmal schlägst einmal mit der hand dagegen und dann kippt das ding um mit der axt hast du den baum ab dann wird er kleiner ne kriegst du stämme im inventar und die stämme muss mir in der säge rum aber die schere kaputt aber das geht eindeutig schneller vor allem aus als und auch anderen sachen machen nur aus eisen und dadurch ging das jetzt um einige schneller das ist auch schneller geht feuerzeit wir wollen ja das heutzutage die bäume die so klein sind auf dem boden sind da kannst du kaum sehen wo die ganze stämme sind oder daher sind sie dann am boden drin und denkst du okay farm es alles abgeben ja das meine ich ja damit dann musst du erstmal suchen wo ist denn jetzt noch einer das wirklich alles despaunt das ist scheiße darum habe ich mir auch eben die schere gebaut gehabt um 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 es bringt ja auch mal ist zu lenken was hast du nicht doch habe ich was denn der baum ist kaputt ich kann nichts dafür dass das jetzt ist die sport auch in einfacher sagen sie mal habe ich jetzt aber auch ab in der blöcke ja auch noch heute und da so wie hier an ecke wahrscheinlich da noch die lecke geht mir auf den sack und geht ja schon auf da wirst du schon ja also wie und somit doch mal wieder so ich bin komposter mit euch alles was wir nicht gebrauchen können ab dem komposter damit ausgeklickt das beste was passieren kann da muss reichen schiesel, ich glaub den schiesel wo gibt's hier baumwolle schwarz oder was ja wirst du hallo hol deine eigene baumwolle hinten ein weil ich die grad geerntet hab ja dein charakter gibt's auch extra im baumwollfeld ich kümel mich auch für meinen charakter ganz klar was denn er ist maximal pigmentiert meiner hat schwarze kleidung aber egal ja genau und noch ein Pulli extra an ja ja genau und Ostern ist auch bald nicht ich weiß halt die Fresse was denn ist nächste Woche ich weiß aber für die 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 Aufnahme sehen nicht mehr ja das ist schon das ist schon Neujahr bestimmt ne das wär natürlich auch brutal in diesem Projekt als man ein bisschen neuer auch ja ist klar ich hoffe es wir würden das sogar hinkriegen wir beide ist ja das Problem weg ja 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 Dann haben wir vorne den Blablabla Dann ist der Blablabla Schocky du Rot auf den Kopf Da kommt die Tür raus Da man die Ja natürlich da man die dann passt das doch was war das denn von Carpenter, von Carpenter Blocks? was? ich dachte Türen wären Steakable gewesen nö Türen sind aber noch nicht Steakable ich glaub vom Carpenter nur nicht von die anderen ja malen auch nicht nö? ne ich konnte grad nicht denken malen aber also mit 1 ne ich glaub das war er er ist in 1.8 nicht in 1.7 so voll nee nein 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 ich setz mal die Pisten und alles auf ne? willst du willst du bist du? hinten beim Haus ja wo hinten beim Haus ja ich komm jetzt wieder zum Ding hin da wolltest du hier komm hier dre dich an hier vorne was hin machen äh weiß ich nicht hätt ich gedacht so vielleicht paar Büsche oder so weil da mache ich erstmal die Betten und so hier hin ja mach ich weil ich brauch den Platz da hinten ich brauch den Platz da hinten jetzt ich will weiter ausrasten Serie warum macht man eigentlich die Felder nicht so schräg jetzt hier hoch so ein bisschen, weißt du, den Berg ab, so ein bisschen, dass es so taglich wieder geht. Ähm, da lang und da hinten lang. Nein, aber so hoch, hier so stufenmäßig weiter nach oben hier bauen. Was, acht, weiß nicht, so acht Felder oder so, dann gehst du wieder eine Stufe höher. Ja, warte, warte doch erstmal. Lass mich erstmal den ganzen Scheiß umsetzen. Erstmal brauche ich alles zu fressen, dass ich auch rennen kann, sonst dauert es Jahre. Jawohl, hatten wir genug Leder. Warum? Ja, weg, weg. Äh, ich habe nicht genug Leder in der Tasche. Wir haben genug Leder. Mal geleder, dann hast du jetzt gleich zwei Exzene. Habe ich, ja. Ja. Warte, ich tu die hier in die Kette. Nein, die habe ich hier. Äh, die Ex habe ich hier, weil ich momentan. Achso. Ja, weil die um mich herum gefloben sind. Was ist denn für Musik gerade? Hier? Wieso? Hier, so eine Metal. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ja, du weißt die ja wohl drin haben, ne? Also ich bleibe jetzt nur hier von Starry Valley. Ach, hast du die Musik reingemacht? ja sicher weiß ich mir scheißegal ganz ehrlich also mich dafür claim ich glaube aber das macht er nicht das ist mir latte glaube aber er klemmt dafür nicht denn muss es ich muss war ja eben klar Kappado 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 Äh was Kappado? Kappado 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 Kalis und Zah Kalis und Zah Kappado K 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 heute lügen wollte das ding allein machen mir ist egal kannst du in der nacht arbeiten welche die mine runter gehen wollte dann ja ich muss ja gerade umräumen das ist das problem ja ich möchte einfach nur sie die brauchen die kisten schmeißt er hat alles rein was ich in die kiste oder in den händen ja hat denn was will ich da sonst mit ich räume das ja nicht gerade alles um hast du doch gerne er hat zehn verschiedene bambus arten hauptsache ich habe es mitgenommen ich weiß ja ob von jedem bambus was anpflanzen aber einige muss sich speziell anpflanzen und wachsen aber deswegen habe ich ja ich habe es fast glaube ich viele sei viele sorten schon mitgenommen weil ich diesen blue ich fand diesen blue ganz geil und wenn ich mal vorm haus pflanzt oder so ich bin schnell wenn denn ja man 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 Oh, das ist der falsche Button. Das Klicke. So, das... Das. Klicke! Hey! Mein kaufs Ding! Spaß, ich weiß nicht, alles rein. Danke! Doch, brauche. Da sind wir eine Suppenschüssel auf die Hände. Ich hab meine Suppenschüssel... Ahja, dann nimmt er meine Suppenschüssel. Ja. eine grundernährung unterwegs euch denn noch nicht mehr spitze habe ich noch einen durchbruch auch fackeln bräume schon gute musik bei bei diesem copyright music alles klappt alles klappt Heimann tue ich den Sinn Sooo Okay Jam 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 jam